Ein herzliches Salvete von Eurem Lateintutor Martin. Heute soll es um Semideponentien gehen. Wir machen nämlich ein Formentraining. An Vorwissen benötigen wir Deponentien, um zu verstehen, was das Besondere an Semideponentien ist. Ihre Form kann sowohl aktiv als auch passiv sein. Ihre Bedeutung ist immer aktiv. Gleich zu Anfang eine Liste aller Semideponentien, weil es nur so wenige gibt. Die ersten drei gehören der E-Konjugation an. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.